Ja, hallo, Freunde. Ich habe 200 Abonnenten und das finde ich richtig cool. Und ich wollte mich dafür nochmal bedanken. Ich habe in letzter Zeit allerdings nicht so viel Zeit, irgendein Special zu machen. Ich habe eins vorbereitet, schon gehabt. Das werde ich dir noch nix hochladen, aber ich habe noch ein bisschen mehr vor. Und ja, das wird dann in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst in der nächsten Woche kommen, weil ich, wie gesagt, kaum Zeit habe mit Schule, dies, das. Und Freizeit habe ich halt auch. Und ich nutze es jetzt mal ein bisschen anders. Ja, und deswegen kommt jetzt erstmal nicht so viel. Deswegen ist das letzte Video auch erst vor vier Tagen gekommen. Und es wird auch heute und morgen wird auch kein weiteres, glaube ich, mehr kommen. Mal gucken, wie ich das so hinkriegen kann. Also jetzt kommt natürlich das hier, das Ankündigungsvideo. Und ja, ähm, äh, ja. Das wäre es eigentlich schon so in etwa, ähm, keine Ahnung. Und da würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.